Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 25. Januar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 944 und heute mit dabei. Neues Design, Paramount Plus, Xbox Live Gold und Beeper. Ich beginne mit dem neuen Design. Einfaches gibt es bei Google in der Suche. Es sind grössere Schriften, ein bisschen veränderndes Logo, ein bisschen mehr Fokus auf dieses Mikrofon und so weiter angedacht. Und das wird nach und nach ausgerollt. Der eine oder andere wird es schon haben, der andere unter die andere vielleicht noch nicht. Schaut euch mal um oder schaut es mal ein bisschen genauer hin, wenn ihr das nächste Mal in der Google-Suche drin seid. Vielleicht habt ihr es schon. Ein Link dazu, wie das ausschauen sollte, ist wie immer auf tele.tiktok oder in den Shownotes zu finden. Dann haben wir Neuigkeiten zum Streaming-Riesen Paramount Plus. Also Paramount mit ihrem Streaming-Dienst Paramount Plus. Der startet schon Anfang März. Leider aber weder in der Schweiz noch in Deutschland, so wie es ausschaut. Aber es gibt noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ende Februar soll kommuniziert werden, wie das ausschaut. Und ob wir das auch bekommen könnten. Mit dabei wären da Filmklassik wie der Pate Mission Impossible, Fraser, Dexter etc. Mal schauen. Dann kommt es weiter in Richtung Microsoft. Genau. Da haben wir den Xbox Game Pass. Und vor kurzem hat Microsoft verlauten lassen, dass da eine kleine Preiserhöhung geben könnte. Oder wird besser gesagt durch den Zustoss von EA Play. Da nach wenigen Stunden und viel, viel lauter Stimme aus der Community hat Microsoft gerade gesagt, wir haben nicht so gute Arbeit gemacht. Wir rudern zurück. Es gibt keine Preiserhöhung. Na dann. Es lohnt sich zwischendurch mal ein bisschen laut zu werden. Ich freue mich darauf auf jeden Fall. Weiter geht es jetzt mit Beeper. Das ist eine neue App, die aktuell ein bisschen überall aufploppt. Das ist eine Chat-App, die bis zu 15 Messenger vereinen kann, will und soll. Unter anderem ist da natürlich Facebook, WhatsApp und die ganzen Bekannten mit dabei. Und ganz speziell ist auch ein iPhone, also iMessage mit dabei. Und dafür braucht ihr ein iPhone, ein normales, ein ausrangiertes oder auch ein gejailbreaktes. Aber das klingt alles so nach, das willst du nicht. Wie das Ganze funktioniert, haben wir verlinkt. Basierend übrigens auf Matrix, etwas wie Signal oder Telegram. Ein sehr sicherer Messenger, der grundsätzlich verschlüsselt ist. Aber, so wie ich das richtig mitbekommen habe, sind da die einzelnen Dienste, die da mit drauf sind, dann eben doch nicht mehr ganz so verschlüsselt. Aber ja, muss man sich genauer anschauen, wenn man das möchte. Weiter geht es noch mit einer kleinen Video-Empfehlung. Ich habe ein neues Video hochgeladen. Die Huawei App Gallery habe ich euch im Video kurz erklärt, wie die ausschaut, funktioniert und was man damit alles so machen kann. Das waren es die Neuigkeiten für den heutigen Montag. Euch einen guten und schönen Wochenstart. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.